Ich bin Herr Pelle, habe Trikot Nummer 21, spiele rechts außen und bin der Spaßwart von dem Karottenhaufen. Warum spielst du hier und was sind deine Ziele? Ja, es ist eine lustige Truppe, nette Jungs und wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Handball spielen, ein bisschen bewegen auf unsere alten Tage und dabei möglichst unverletzt bleiben. Mal gucken, was in der Runde so geht. Was muss man machen als Spaßwart? Immer dafür sorgen, dass genug zu trinken da ist zusammen mit dem Bierwart und dass die Jungs Spaß haben und dann so ein, zwei, dreimal im Jahr irgendwelche komischen Aktivitäten organisieren nach dem Spiel, dass man mal zusammen feiern gehen kann.